so wir haben beim letzten mal das hier ausgeräumt ich muss natürlich noch den gegenstand jetzt fallen lassen hier zu ablegen nach das habe ich übersehen das hier hätten wir das erledigt jetzt schalten sie keinen fall da back das total rum sieht man aber gut kommen bald in eine neue mission jetzt muss ich nur noch die geldkassette in das büro von dem hagen packen und dann müsste ich es tendenziell geschafft haben diese mission keine ahnung wie viel part habe ich dafür gebraucht das muss ich unbedingt nach eindeutig zu lange hagen stings war das jetzt linken von dieser richtung auch heißt geldkassette geldkassette es wird zeit zu verschwinden so und dafür habe ich eindeutig lang aber gut ich kann mich nur wieder nur wiederholen teilweise liegt lag es auch an ja das ist der richtige weg so hier bin ich reingekommen also kann ich hier auch rauskommen was geht hier vor zeigt euch so ach so hier komme ich aus dem brunnen stimmt aber wenn ich den ganzen weg zurückgehe komme ich da nicht dahin wo ich will bin ich jetzt total plan plan ich bin irgendwie wieder im gebäude drin und das möchte ich nicht wo bin ich denn hier raus ach so stimmt ich ahne wo ich wieder her gekommen bin ich erinnere mich so reicht das schon ja endlich hinterhalt töten sie niemanden entkommen sie aus dem hinterhalten und fliehen sie in ihren untersturm nordwesten speichern ich sollte hier verschwinden bevor sie mich sehen im nordwesten ist das echt nur eine kurze mission das problem ist wie komme ich dahin und außerdem gab es keine überleitung so von wegen nein wohl war er mein schnellschneucherpunkt karte neustarten ich frage mich gerade ob die video sequenzen einfach mal fehlen das kann ich schwierig herausfinden ich will das jetzt mal gucken ja die video sequenzen waren wiederum ich bin gleich wieder hier und dann geht der part weiter wenn ich das problem löse so wir müssen zwar jetzt noch mal wieder zurück laufen zu dem ort wo ich entkommen kann aber die video sequenzen sollten jetzt funktionieren ich hoffe dieser komische cut war jetzt nicht zu extrem aber sowas stört mich wenn ich auf meine nächste mission geworfen geworfen werde ohne dass ähm anbieten zwischendings kam die überhaupt erklärt warum ich auch immer da bin und warum hinterhalt und ja das stört mich arg so jetzt noch mal das richtige ende der mission so fortfahren stimmt ein in den tanz des wolfes der die furcht wittert und die feiglinge tötet stimmt ein in den tanz des wolfes der das gold wittert und seine brüder tötet hegnische sprichwort tja das ist wohl berufsrisiko aber dass mir sowas passiert ich wollte mich im berg hat mit semi treffen um dort naja geschäfte zu machen aber neben dem geruch von bier und rauch aber neben dem geruch von bier und rauch roch ich noch etwas es stand bestialisch nach einem hinterhalt einige wachmänner erwarteten mich bereits sammys gesicht noch zu urteilen hatte mich die kleine ratte verpfiffen die blaukittel schienen gar kein interesse daran zu haben mich zu verhaften sie wollten nur kurzen prozess mit mir machen zum glück habe ich immer ein kleines ass im ärmel ich sollte mich wohl besser in mein versteck zurückziehen und mir meinen nächsten schritt überlegen dazu muss ich nur an diesen karen vorbei ganz zu schweigen von den wachen die sich in der stadt herumtreiben so jetzt passt das ich möchte aber trotzdem mal die unterschiede wissen ach experte ist einfach dass ich niemanden töte ja ich sollte hier verschwinden bevor sie mich sehen so jetzt speichern wir nochmal richtig was habe ich denn überhaupt an sachen zehn wasserpfeile fünf seilpfeile alles ruhig äh kommen die automatisch hier nach unten so also äh ich bin nicht äh auf dem weg wird das nichts ich muss hoch und sofort nach ich muss sofort nach hier ansonsten komme ich da nicht vorbei es geht hier vor überall schleichen stadtwachen herum bitte tötet mich nicht Hilfe 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 äh echt jetzt damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass die was gegen mich haben auch das macht das ganze interessanter es geht hier vor überall schleichen stadtwachen herum es ist es ist ist dieser ist wer ist da wer ist da kann ich die dürfen wenn du mich fragst ist woher willst du das wissen ich war hier ist er Hilfe so frag mich ob ich jetzt an den vorbeikommen werde keine sorge ich finde euch schon und ob ich die überhaupt k.o. schlagen kann das ist jetzt die Frage irgendjemand schnüffelt hier herum irgendjemand schnüffelt hier herum ich darf niemanden töten aber ich kann sie k.o. schlagen solange die mich nicht aber der hat schon wieder einen besseren Schutz habe ich auch ne kann ich hier ein sci-fi benutzen irgendwie ne so das ist ganz schön interessant ich bin hier in dem Bereich da warten sie und da auch und da könnte ich vielleicht wenn ich irgendwie ne Möglichkeit hätte könnte ich da rüber kommen komm ich sogar das gefällt mir so ähm was ist ja wartet nur wenn ich euch finde so hier oben hocke ich jetzt Moos Pfeil Moos Pfeil ist hier noch ein Pfeil ne da ist ne Tür hier ist hier irgendwas hier ist eine Stärkung hierher 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 ist hier irgendwas Gutes drin Ah, ich hasse es, in solchen Dings zu springen. Das ist mein Problem. Ich kann nicht so gekonnt in Öffnungen springen. In diesem Spiel. Ich schaff das nicht. Deswegen hören die mich jetzt arg. Weil ich einfach das nicht hinkriege. Ach, da rein zu springen. Obwohl ich da durch sollte. Ich kriege es aber nicht hin. Ich weiß nicht mal, wie ich das bei dem Essensaufzug geschafft habe. Ich will da durch. Ich kriege es nicht hin. Das reicht. Ihr seid völlig. Du bist tot. Versprochen. Sobald ich dich gefunden habe. Er war genau dort, wo steckt er. Das muss da durch gehen. Boah. Es gibt diese Punkte im Spiel, die ich hasse. Gibt es irgendwie eine andere Taste, um da rein zu springen? Du bist schon so gut wie tot. Nee, das bringt mir absolut nichts gut. Ich komme da einfach nicht rein. Wachen! Verstärkung! Oh! So. Anders hat schon seit einiger Zeit keinen Bericht mehr erhalten. Aber es soll nicht gut aussehen. Ich fürchte... Hilfe! So. Mann. Dann nehmen wir es auf die... riskante Weise. Aber ich hätte gerne den Weg durch das Fenster genommen. Ich weiß, ich habe da jetzt einiges an Zeit... verplempert, aber... das stört mich halt. Auch Kanalisation. Das gefällt mir. Ich habe noch nie einen derart einladenden Kanal gesehen. Äh. So. Habe ich bestimmt einiges liegen lassen, aber trotzdem, das ist... echt ein bisschen... weiß nicht. Hier ist wieder dunkel. Und ich bin schon einiges weiter. So. Gehen wir wieder in den Kanal. Weil der führt mich bis... fast nach da ganz hinten. So. Äh. Das ist jetzt, glaube ich, leicht kontraproduktiv. Gut. Äh. Habe ich Schnellspeichern gemacht? Naja. An dem Punkt vor dem... zweiten Kanalsprung. So. Äh. Ich bin fast an meinem Haus. Es ist nur die Frage, wie genau ich da jetzt hinkomme. Das ist mir egal, wenn der Part jetzt auch länger ist als... eigentlich... geplant. Aber... die Mission ist einfach... zu einladen. Die zu wenden. Das gefällt dir nicht. Du hast einen großen Fehler gemacht, Schleicher. Habe ich? Wiss... Du hast mich noch nicht mal da reinlaufen sehen. Okay, ja, er hatte recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Den Punkt gebe ich ihm. Äh. 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 Mein Haus. Neue Aufträge. Dann kommen die auch zu meinem Fliege... Äh. Äh. Okay. Gut, dann werde ich die Mission wohl doch nicht zu Ende bringen. Aber wir sind bei meinem Haus und... Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ich bin beim K. Indiana Jones. Bis dahin. Bis dahin.